Für Zugang, ob viel wichtig ist, Online-Ressourcen zu holen, muss alle Schüler sein IAM-Konto aktiviert werden. Geht abseit iam.segier.lu Wenn du auf der Seite rufstrollst, dann holt er für eine Knappasche zur Auswahl. Für einen neuen IAM-Aktivationskonto unzufrieden, wählen wir die Eiche-Option aus. Auf diesem Schirm müsst ihr die Sozialversicherungsnummer vom Kant antippen. Hallo, wählt ihr die Eiche-Option aus per Post. Wenn ihr den Aktivationscode nur per Dich per Post bei ihr Stuhl im U-Commerce, dann geht eurem obzeit iam.segier. Wenn ihr auf der Seite rufstrollst, dann holt ihr eurem für eine Knappasche zur Auswahl. Für den IAM zu aktivieren, wählen wir das hier die Zweit-Option aus. Bei einem nächsten Schirm muss ihr ein Passwort erstellen, der den U-Fotrungen entspricht. Von dem Momenten aus dem Kant sei Knapp aktiv und nicht kann, ob Online-Ressourcen zugreifen wie www.efrancais.lou www.mathematik.lou www.mathematik.lou www.portal.office.com den auch um Multi-Script.lu eröffnet.